k alles willkommen zu einer neuen folge mein Kopfbett was auf berg- berg- gelb so schnell alles in den Titel noch mal gerade vorgelesen ich bin dieses Mal mehr auf 4 vielleicht hat toll jetzt kling mal ne Uhr da kann ich einer Person gleich schreiben dass sie in der Aufnahme ist ich habe mich so gerade runter gesprungen Office HD Officer ich kann nicht mit spielen warum nicht nicht mit ich bin der Runde also ich bin der Runde aber irgendwie ist mein Internet hat so schlecht dass immer wieder zurück wo ist der Billiger Mensch auf dem Fahrrad dahinten nach Hause telefonen alle sind auf Menschen damit war aber hier vielleicht hinten am Gepäckträger die Nähe hier dritte hier was also zwei Eisenhallen bin runtergefallen habe den falsche also bin unten aber aufgeworfen hat den Fallschein bekommen und bin wieder hochgepackt ich kann wahrscheinlich ich kann runterspringen ohne zu sterben wo ist eigentlich der Billiger da vorne oh Gott ich hab aber auch mega internet von in diesem äh ja hab noch nicht nach dem Billiger ja schon klar ich hab nur noch ich hab nur noch ja man du weißt doch das ist alles 30 kunden später ich habe in Richtung Billiger zu kommen aber oh ich kann ich kann gerade alle Sachen aus dem Schock rausnehmen mit ihnen in den Schatten er hat Eizbücher und um ja so ist es wo ich habe die Bogen und man hat so ein Eisen das alles vorliegt sie ist ist all for fria ich bin eine manager mitte gebaut bis ich wieder zurückgepackt als ich war gerade ich war in der mitte ich habe mich bis zur mitte gebaut und ich bin wieder zurückgepackt das muss ich bin immer weg aber wo ist eigentlich keine ahnung ja ich greife ihn an mit gar nichts verlass man wieder runter der schneeball er worden der schneeball die koste noch das ist ganz toll also ich bin gestorben und bewusst born ich ist born in der luft du bist der luft gespawnt du bist drei blöcke nach vorne gelaufen aber wir sind doch im grün richtig die sind doch team grün habe ich recht ja sind wir ich renne da mann so wie immer ich brauche mich ein schützen bei mir standen abgebaut nicht dass es umsatz war so habe ich eingebaut ich bin einstelst mit der kann ich meine worte tippt schicken 1 Prozent und ich kann gerade treiben ja auch keine Inventalleiste obwohl es aktiviert ist weil ich noch eine Verbindung dran neu drauf gehen jetzt hat jetzt funktioniert sie wieder vielleicht weil ich heute mal weiter zu gespannt da ist da vorne irgendwer ich krümmel ich bin gerade nicht da warte mal vier mal vier nein du musst mir nach join ja stimmt es geht einfacher wollen springen warum krieg ich den block warum habe ich keine Inventalleiste in ging es und kann damit auch die kompassen alles nicht benutzt wissen wo ich eingebracht hast und dann will ich das in den chat schreiben ruhig ich gehe mit eisen holen und klatsch jetzt alle ich bin ein agent ich bin ein klingel ich bin für dich ich bin für dich was denn was ist denn auch nicht ich habe nur gerade auf dem Chat geschrieben hier wird ein 6 9 in deiner Basis das sieht man nicht dass sie es nur im toten Chat was ist das in Hessen und hier vom Vorrat oh Gott und 1 6 9 ist da in der da sie ist und die werden das ist die sie sich immer noch nicht und sie müssen ja ich kann die enthielt ich weiß also hat man schon was dann gehe ich wieder Hauptbesuch denn denn das ist das ist dann ich will es aber auch bleiben ich muss gehen gewinnt ist doch auch ohne mich okay gut dann gehe ich dann gehe ich wieder auch misst kann aber nur kann aber auch noch bleiben ich brauche eisen gerade eins versus eins gegen den jahr davor scheiße ich wurde gesehen was jetzt herunter springen die ideen sind scheiße gerade eins was ist alles gegen den jahr davor ja wurde von einem roten getötet er meinte auch die maus spinnt ich weiß ich bin selbst das gibt es nicht ich hatte in der sekunde internet ruckler warum haben wir den auf einmal so nicht alle so eine schlechte jahre das liegt dann bestimmt nicht an bergweglässt hast du im hintergrund hat irgendwas offen das ist ja ein toller skin alt was der scheiß das ging nicht wegen youtube und ich schmeißt du bist im klo dann videos oben ja hör mal auf hochzuladen jetzt du hast es hochgeladen jetzt reicht ich habe es nur gerade veröffentlicht da macht er mal vier zugs feuer fuchs zu mache es feuer fuchs zu macht zu ist es mir egal mach ich mach das jetzt wieder auf und wieder zu das war ich habe es nur noch ich habe es nur noch es wird es wird es wird es wird im Boot und bisschen nicht mehr an meiner Party beliebt weil ich dachte vielleicht fixen sich dadurch die Bugs genau in der Runde bin ich einmal geliebt ich habe gerade auch Internet ich bin schon mal links klickt ich bin sie nachgesprungen ich holzkopf ich habe den Kuchen gerade konnte den fast kurz ich konnte den Kuchen fast kurz in den momentanigen ich habe einen Satz zusammen bekommen ich bin gut ich das ist ein gutes Video ich schlieg mal gerade wieder naja ich schließe da oben was ist denn hier los damit stehst du wirklich die ganze Zeit einfach nur gerade auf der Stelle ja ich hab's gerade auf der Stelle ah hier ist mal wieder ein Skid was den Namen hat der? hey oh der der heißt der hat einen ganz tollen Namen irgendwas ich hab von den Namen ich in Silfans Tintenfisch ohl ich kann da nicht drauf drücken oh lass lass mal auf irgendein anderes das geht überhaupt nicht ja genau wir gehen jetzt auf ne auf der Pickel wir sind genauso schon so auf Komma auf Drecks HD ne nicht um ne oder auf Mindplex ne was willst du da machen also äh so sieht es aus wenn man auf Komma spielen will warum ich bin ja eigentlich so viele Leute drauf keine Ahnung es gab ja mal auf Komma diesen äh premium plus rang den gibt's den nicht mehr den doch den gibt's noch aber den kann man sich jetzt nur noch kaufen den konnte man damals erspielen naja den kann ich jetzt nur noch kaufen ne ich weiß Geld doch teurer als den Roman und da gibt's glaube ich gar kein Lifetime mehr ne gibt's keinen Lafter der zahlst du glaube ich 150 Euro für ein Jahr oder so ein Kram was ich hab mir die Preise nie angeschaut unmütige Sitzung von Gott nicht drauf um wenn man man hat sich nicht mehr klicken um um ich bin mal nach oben Die kann ja mal löschen. Äh. Ich hab's kaputt gemacht. Mist. Mist. Alter. Man kommt auf diesen Server nicht drauf. Das ist die letzte Scheiße. Ich kann doch mal spielen. Neu starten. Ich hatte nicht einmal ungültige Sitzung oder so ein Kram. Ich bin bis jetzt... Jetzt hatte ich immer nur... Ja, ging... geht nicht. Voll. Oh, jetzt erst mal. Ja, ungültige Sitzung. Ich darf auch spielen neu starten. Ja, also bei allen Zerven habe ich das nicht, dass ich... Ah, Kostoy. Du bist hässlich. So, einfach nur das Prinzip. Mache ich hier mal die Tagesdinger auf. Keine Ahnung, warum. Und weiter geht's mit dem Quickspaß. Alter, auf diesem Server sind ja auch die FPS noch immer. 15... mit 6... Oh, dieser Klickspaß ist ja echt toll, also. Oh, ein paar Coins. Neues loskaufen. Hey, hey, scheiße. Hey, kacke. Ach, ja, 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 nie gesehen. Ah, ja, ja, noch schlechter. Hey, 300 Coins. Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Weiter. Nächste Besuch. Krieg ich Plus oder? Ich mach Minus, ne? Warum hab ich so viele Coins? Ich hatte auch noch viele. Bist du süchtig nach der Lotterie wohl? Nö, ich habe... Ich wollte die, was ich mir damit machen kann. Ich habe jetzt nicht so, aber habe ich extra konzentriert. Nee, kein Plan habe ich. Nee, gibt es ja nicht. Eh nie. Eh nie, ich bin zur Weise. Was für die Übrigen sie erst die Neustration? Nein, ich esse nicht. Ich esse nie. Neu... Na, da kann man was auch immer so probieren. Mit in der Aufnahme probieren. Maul, auf den Patrick und Patrick Ahnung, auf den Patrick und Patrick noch nicht passiert. Mein Uhr hat gerade selbst in mann Puls gemessen. Best-Uhr-Ever. Neh-Markt-Ford-Bein, 3 Millionen. Keine Ahnung. Stimmt, ja, 3 Millionen. noch kommen ach voll mit hier so ich glaube es in die Zuschauer ich nicht ich gucke mich jetzt machen da aus dem Siegel zu Zuschauer sowieso nie achte nach dem nächsten 24 Stunden leistet wie komme ich aufgrund ich muss helfen der sound putzt dich doch komme die Nase ich lade dich in eine paar warum bist du offline alter du bist echt der hohlste mensch den ich in meinem ganzen leben treffen werde wenn ich noch hohlere gibt dann zweifel ich an der menschheit zu diesem dritten kanal dieses ganz anderen partnerkanal der hat im übrigen schon 100 abonnenten habe ich hier den grad an zwei sachen aber sagt das falsche der hat schon 14 abonnenten du hast 15 und ich habe 60 du hast 16 genau der voll geil alter 14 15 16 hätte es abverstanden die abonnieren mich in die party ein ja das ist ein hacker report slash report wie können wir denn mal reporten lisi kofta lisi kofta oder warum sie heißt was ich nicht mache aber nicht slash report confirm was passiert wenn ich da drauf bitte fuck nein was passiert ich weg jetzt runter passiert ja wohl nichts also auf guten servern würde jetzt einer kommen und mich überprüfen persönlich die würden die wieder prüfen die ersten dann werden sie feststellen all der den schon richtig viel gehackt warte mal aber ich glaube auf dem server ist es einfach ein hex an hier auf diesem server du ne das ist toll dass wir das in der aufnahme sagen nein nein ich noch nicht aber hör ich sie war schon online sprich es gibt so ein hackdienst da wird nur halt nicht immer nachkonduliert der steigt dann so ein hackpegel sozusagen das kann man halt nachkondulieren der steigt dann sprich wenn ich die reporting wenn du sie deswegen gewarnt wird ich mach mal ich mach mal hat sie selbst gesagt also report report ich report heißt sie denn jetzt anti tödlich sie so wieder komplett scheißen habe ich zumindest habe ich das gehört anscheinend ist das kann die selbst programmiert und das ist quasi genauso das könnte man könnte eigentlich auch noch ein schild programm bei mir wo drauf steht hacker bitte kommen sie her oder besser noch besser noch man macht ein antivirus programm ein anti hacker programm und in dem programm ist die hauptaufgabe aber von dem programm ist die hauptaufgabe allerdings zu machen aber ich bin grad nicht an gar nicht anwesend warum bringst du dich erst jetzt zu tun und die FPÖ weiter geweckt ich bin mir noch einmal zuerst sagt nur kein internet wir machen mls ich habe auch kein interessiert das ist das kommt irgendwie nicht da ich kann mich einfach einfach erstmal und hier muss man noch einlegen noch mal leitern mach ich gleich und dann kommentiere ich für deine Zuschauer was bei mir gerade abgeht äh ich habe bloclochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochloch ich kann mich ja auch bloclochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochlochloch Leider ich kann für mich Schattel das ist geschafft Applaus es ist entgegelt da habe ich nicht Sander aus MLG Platz hast du gesagt da ich habe auch noch ein paar Blöcke mitgenommen das ist unser Bett abgebaut wird ich habe es eingebaut ich habe es eingebaut ich kann nicht ein Block oder da kann ich mit einer Blockschicht da kann nichts passieren und warum wächst eigentlich auf dem Boden von von dem Teil hier Gras ich mach mal Rüstung die das ist das die offizielle realistische Spielewelt und man kann sich aber richtig schön hochbauen ich möchte mich schmeckt ich möchte gerade auf deine Tasten ein ich kann überhaupt nicht mehr reden ich drücke die ganze Letzte um zu springen ich würde dir mal raten hol dir mal viele Leitern habe ich mehr als Zeck das reicht nicht um genau so zusammen ja ich habe 68 mehr als auch noch mal 17 Leitern wir waren angegriffen wir haben eine Echtzeitübertragung fällt mir gerade auf die Echtzeitübertragung von der von den Geräuschen ich habe mein Echo immer leise Mikrofon steht doppelt zum Beispiel wie von mir die Kopfhörer ohne Witz jeder gute YouTuber macht mit Kopfhörern deswegen bist du kein guter YouTuber aber auf Koffer und hat sich alles scheißern ich habe richtig gute Kopfhörer auch teilweise teilweise wenn ich abends im Bett gehen will dann habe ich so Kopf habe ich Kopfschmerzen nicht Kopfschmerzen ohrenschmerzen ja eben weil der Bass ne weil der Bass so hoch ist weil ich aber die ganze Zeit dann keine Ahnung die auch kein Sound habe mal höre ich dich das ist so ja schon ganz schlimm dann höre ich irgendwelche Musik den Mega der Bass drin ist und dann spiele ich Battlefield und höre laute Explosionen weil ich den Sound viel zu hoch gedreht habe äh wir sind lang nicht hoch da sind 230 das reicht so niedrig langweil ne 240 meine ich das heißt ganze 10 Blöcke höher wäre schon wieder zu hoch ich war hier oben eine kleine Basis ne sag mal warum kam hier gerade Sachen hoch als ob hier jemand gestorben wäre die haben gerade die waren gerade einen Weg zu uns echt siehst du das ist doch egal ja die sind bei uns ähm ich hab eh wir ich hab ui ich hab 12 eis was machst du denn dann wird das nicht in Richtung uns gebaut der springt da einfach so runter ui ich hole mir also nochmal ganz schnell man darf ich zu wenig Grafigerstellung 11 Chunks das muss aber reichen ich hab 32 wie viel Eisen haben wir ich bin ich wünschte mal ohne witz ich will eine Bad Wars in dem man sich ein Villager selbst platzieren kann das wäre so geil wo man selbst die Basis kreieren muss ja das ja aber ich hab das wäre schon zu viel ich mach mal grad für uns beste für die uns beste Rüstung wenn er schockt als ich das war und du hättest achten ist das wieder ordentlich dass sich die das ist ja nicht sofort aber das belastet hat alles ich hab mich doch noch mal vierhalts sechs blöcke fast vierhalts beste nicht mehr sterben okay tot ist schlimm dass da einer kommt ich habe ein holz gezackert den werden wir bestimmt verteidigt was ich hier hast du ein schwert beste auch ich mache uns gerade beste kipp hast du essen nein doch habe ich ich kann immer das eisen ran ich habe kein eisen mehr was da hinten packt das bett ist dahinten das weißt du das bett ist dahinten auf dieser anhöhung stelle ich mal dahin ich verteidige hier unten ja hier oben nie dahinten auf diese da wo ich eingebaut habe gestellt ich dahin da wo ich eingebaut habe ich es eingebaut man ist gleich da der ist gleich da das war's das war's das war's wir müssen das töten nicht mehr sterben nicht mehr sterben das war's das bett ist weg das kann man vergessen ich habe alles geholt abgesehen von blöcken jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's achtung der warte ich zu dir nicht der verpist sich hast du ich bekomme die leiter hoch auf uns geschossen hast du blöcke ja okay dann bau da oben gleich mal die basis fertig mit mauern und sowas dann bekämpfen uns da oben und 24 hast du mich gehört warum die basis gleichwertig ja dass wir da machen wir ein feig dass wir uns nicht runter schlagen macht dach rein schießen gegnern und keine keine tür einbauen ich will keine tür wirklich komplett geschlossener raum die alles die möglichkeit rein soll hier der soll diese luke sein weil ich schon mal blöcke hin da kann ich auch schon mal nehmen die blöcke die blöcke und du die bitte ein plan wie du schlagen runter falls er schon so hoch kommt er ist hoch er ist ziemlich hoch kannst du ja auch der hat dann kommt mich doch er hat noch low ground das ist das problem müssen warten bis er hier oben ist weil er kann es nämlich schon schlagen bevor wir ihn überhaupt an den schlagen können aber haben haben wir haben wir eben halbfleisch ja halbfleisch von namen naja schon lang ist gut ja ich weiß es kommt zu spät jetzt genau zu sehen gott ich darf nicht runter vor allem ich habe gar nicht bezahlen hilfe warte ich stehe von außen aus von der türe hilfe macht ihr auf mach jetzt die tür auf halt jetzt komm alter mach auf oh gott hör auf oh gott okay mach ich schon mal höcherein hier fenster die ganze wand mit fenstern zu und die tür wieder rein bauen mann nicht einer komplett frei 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 das nicht und hier hier noch den block und dann war es das genauso kannst du guck mal runter auf irgend unten irgendjemand ist er da kommt genau der hat genau den weg oder den scheiß los gemacht das bringt ihn ja viel er braucht den teich zu bei unserer eigenen basis da wollen wir nicht hin doch ich muss man gerade noch mal hätte ich habe kann ich habe nichts mehr er kippt sich tschüss warum ich mal gerade weiter ja ich habe gerade wieder sachen die die blaue hat die blaue hat das zugebaut hat die in sie zugewerb Also da nicht hin. Da nicht hin. Ich mache unseren wieder frei, ne? Ah, aber ist es jetzt eigentlich wir gegen Blau, ne? Die Grüne hat auch noch ein Bett. Ja, aber Grün ist alleine. Und? Ich tue mal so, als würde mich das hier interessieren, dass hier unser Weg nicht mehr frei ist. Könnten natürlich auch mal unsere Position auf Rot verlegen. Dann wüssten die nicht mehr, wo wir sind. Aber gut, Rot ist auch nicht so unbedingt. Aber ich sehe, okay, ich sehe dich da oben. Ich muss mal kurz das ja ausmachen. Ich kann ihn noch machen. Nein, der Block, Block, Block. Das hat man noch gebrauchen. Blöcke. Ganz, keine Eisenblöcke. So, das sollte reichen. Da kommt noch keiner. Äh, 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 so ein Reis. Eine Kiste würde ich wohl nicht brauchen. Wir sind jetzt auch schon bei Grün. Laut bei Grün. Toll. Ich kann das mal gerade beobachten. Ich mach mal spinnenweben, oder? Da ist gerade Grün und die werden, ja, Blau baut jetzt Grüns Bett ab. Grün, also hat Grün. Sind die in der Mitte? Kann ich gerade nicht sagen. Ich bin gerade hier bei dem. Oh Gott. Hilfe. Was ist, was ist? Tschüss. Alter, wo kommt denn der her? Boah, das kann doch nicht sein. Wieso schafft man das denn? Wieso gibt's denn immer diese Idioten, die sowas direkt erkennen? Wie wurdest du getötet? Ja, der hat sich über, der ist über den Weg gegangen. Den habe ich nicht gesehen. Der ist ja oben. Ich habe natürlich die ganze, äh, die ganze Zeit nach unten geguckt. Und dann ist das tolle Kaufding System, äh, Holings, nicht Holings, ja, doch. Das tolle Kaufsystem ja hier so eine halbe Stunde dauert. Gott, der hatte sogar noch Zeit, die Leitern abzubauen. Der kommt jetzt hoch. Probieren MLG bei, äh, bei Rot. Baut dich mal zu Rot. Und ihr kommt dich da neu. Wo bist du? Oder da oben? Dann heimlich hintenrum zu Blau, ne? Ja, vielleicht irgendwie dann in die Mitte einnehmen oder sowas. Ja, am besten zu Blau. Ja, Rot erstmal. Erstmal jetzt zu Rot die Krippen. Sagst du mir aber schon, wenn der hochkommt, oder? Ja, der ist da unten und wartet. Also, der guckt hoch. Er wird jetzt wahrscheinlich loslaufen, um bei Rot den See zuzubauen. Du bist gut. Ja, ich sechse dich hoch. Weil dich. Nee. Hä? Er kauft dich irgendwas. Oder geht er dir, er geht die Leitern hoch? Er ist ja die Leitern hoch, bist du eigentlich schon längst bei... Oh, ja. Richtig, ich tricke ihn quasi. Oh, ah, bei Rot ist jemand, bei Rot ist ein Blauer. Der geht ja gerade hin, was macht er? Guck mal, krass. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwie TSV oder so ein Kram. Ja, der wartet, der wartet. Die wartet. Gut, aber einer macht. Ach ja, er wartet in See. Er wird zu, er wird zu. Aber warte mal. Das sind noch zwei. Bauen wir zu allen, nennen ihn zu allen, äh, schnell zu, äh, zu grün, zu grün. Ich habe den grünen Weg. Ja, grün, ich bin unnachrunderspringen. Ja, 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 weil der kommt da hinten schon. Deswegen sagen wir dürfen sie jetzt nicht mehr schaffen, bis zu grün und. Warte ich, ich lasse mich hier mal runterfallen gerade, was du hier gebaut hast. Nein, ich dahin gehe nicht, ich muss dich da runterfallen lassen. weg weg okay das ist eindeutig scheiße was muss ich denn bis hier nach vorne und dann noch ein bisschen links ist gemacht oh gott die kommen achtung einer kommt einer kommt die kommt die kommt ja keine chance ich habe sie nicht mehr hätten können ziemlich langweilig wir sind jetzt bei 34 minuten ich würde das sagen wir beenden hier die folge und machen demnächst mal probieren wir es dann immer noch weiter bei er man sich war irgendwie ist doch mal so dumm und macht auf jede karte wasser oder spinnenweben warum gehst du offline ja gut zurecht so ein kleidio kaputt irgendwas machen was wieder auf bergwerk ruckelzeit immer noch total ich bin jetzt mal die folge zu schauen und ja bis zum nächsten mal